Freundschaft mit dem Wichtigsten im Leben. Ich glaube, das ist sehr wichtig für Menschen, weil jeder braucht, andere Menschen für sein Leben zu beteiligen oder zu verteidigen auch. Ohne Freundschaft ist alles nur Essig. Freundschaft ist mir sehr wichtig. Egal wie alt man ist. Sehr, sehr gut. Der Mensch braucht einen Freund, nicht? Freundschaft, der Sinn des Leben. Zusammenhalt. Freundschaft ist was Zentrales für mich im Leben, aber man muss sich auch gut Zeit erneben, dafür Freundschaften zu pflegen. Genau, man muss in Kontakt bleiben. Ohne Freundschaft. Würde ich mich nicht wohlfühlen. Freundschaft ist das wahre Leben. Dass man einen versteht. Dass man niemanden verrät. Ist mir sehr wichtig. Deswegen bin ich auch sehr gern hier im Provisorium, weil da so viele Freunde sind. Gute Freunde findet man nie eigentlich. Man ist immer da für einen, wenn sie einem helfen. Man kann sie immer anrufen, immer schreiben, sind man eigentlich immer da. Gute Freunde. Ich habe viele Freunde und ich bin sehr froh, dass ich mit dem Internet. Ich kann meine Freunde, Freundinnen überall in der Welt erreichen. Ich gehe gern dahin, wo man eventuell Freunde trifft. Wichtiger als Familie manchmal. Freundschaft gehört zum Leben wie die Luft zum Atmen. Ich gehe mal. sticking es hin. Musik 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 Sie Untertitelung des ZDF, 2020